Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Küchenkabinett on Tour hier am Rande des Ludwig Erhard Gipfels am Tegernsee und die Liste der spannenden Gäste geht weiter. Bei mir ist Markus Färber, langjähriger Europaabgeordneter, eigentlich eine Europa-Ikone, zumindest der CSU. Und wir kennen uns so lange und so gut, dass wir auch zueinander du sagen können, sonst wäre es ein bisschen komisch nach all der langen Zeit. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank Christoph, danke für die Einladung. In zwei Monaten, nicht mal in sechs Wochen, bald, ist die Europawahl. Gehst du da eher mit guten oder mit sorgenvollen Gedanken der Wahl entgegen? Ja, es ist ja ein Mehrschichtproblem, wenn du so eine Frage stellst. Natürlich vor Ort bin ich sehr optimistisch. Ich habe einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich bin der Einzige aus dem ganzen Regierungsbezirk, der überhaupt die Chance hat, ins Europaparlament zu kommen. Das sind so die Pfunde, mit denen man wuchert. Bayernweit glaube ich auch, dass wir es ganz gut hinkriegen. Deutschlandweit bin ich schon etwas sorgenvoller und europaweit noch sorgenvoller. Und am Ende setzt sich ja das Europäische Parlament aus den Ergebnissen von 27 nationalen Wahlen zusammen mit sehr unterschiedlichsten Parteien, sehr unterschiedlichsten Wahlbeteiligungen. Wir hatten in Polen vor fünf Jahren 20 Prozent Wahlbeteiligung und wundern uns dann, wenn die Extremisten da besonders stark sind. All das sind Faktoren, die einem jetzt ein bisschen Sorge machen. Und darunter gebrochen heißt es dann auch wieder, wie kann ich eine gute Wahlbeteiligung hinbekommen? Was kann ich da als Kandidat dazu leisten? Wie können wir das auch gemeinsam im demokratischen Verbund hinbekommen? Auch mit Verbänden, mit Vereinigungen, die ja auch wissen, was sie an Europa haben oder es wissen sollten. Und das ist so die Gemengelage, die einen momentan umtragt. Es ist immer noch schwierig, also es ist nie gelungen, bis heute eine europäische Öffentlichkeit herzustellen. Ich frage mich immer, woran liegt es? Liegt es nur an der Sprache oder liegt es einfach daran, dass die Kommunikation so ist, dass sich alles doch immer aufs Nationale fixiert, obwohl in unserer Branche ja ein Großteil der Regelungen aus Brüssel kommt? Ja, fast ausschließlich. Der ganze Verbraucherschutz im Lebensmittelbereich ist europäisiert. Im Finanzbereich ist er immer noch national zum Beispiel. Und da sind wir eher am Überlegen, macht das vielleicht doch etwas europäischer zu werden, um einen Binnenmarkt auch für andere Produkte als Lebensmittel oder Autos oder Maschinen hinzubekommen. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch die Medien sind auf die Hauptstädte fokussiert. Wenn ich mir anschaue, die Entwicklung, wir hatten früher viel mehr Journalisten in Brüssel, auch aus Deutschland. Das wird ausgedünnt. Man ist nicht mehr präsent. Man schickt vielleicht mal einen Berliner hin, wenn der Bundeskanzler oder die Außenministerin ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung hat. Und das sind andere Mitgliedstaaten ähnlich. Und damit gehen natürlich auch europäische Themen verloren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin seit 30 Jahren jetzt im Europäischen Parlament, es wird schon mehr über Europa berichtet. Und wenn man sich die Frontseiten der Zeitungen europaweit anschaut, schon mehr ähnliche Themen, gerade aktuell die außenpolitischen Herausforderungen, Nahe Osten, natürlich Ukraine, Blick in die USA, um mal nur so drei Stichworte zu benennen. Selbst die Kommunalwahl in der Türkei war eine Schlagzeile in vielen Ländern der Europäischen Union. Also da hat sich schon was getan, aber es wird alles natürlich aus der nationalen Brille kommentiert, aus der nationalen Brille her begleitet. Da ist noch kein europäischer Ansatz. Wir hatten schon beim letzten Mal ein europäisches Parlament, was sich schwer getan hat mit Mehrheiten und Mehrheiten zu finden. Und man hat immer das Gefühl, da ist am Ende niemand so richtig glücklich, weil niemand irgendwie seine Themen durchsetzt. Was erwartet, was können wir erwarten für das nächste Europaparlament, wenn es gut läuft oder auch wenn es schlecht läuft? Also dieses Parlament hatte eine komische Konstellation. Es hat begonnen, auch bei der Wahl der Kommissionspräsidentin, in einer Art Deutschland-Koalition. Schwarz-Rot-Gelb würde ich das nach deutscher Farbenlehre nennen. Die Bürgerlichen, CDU, CSU, die Sozialdemokratie, die Liberalen. Wir hatten dann aber an vielen Stellen, insbesondere alles, was unter Green Deal zu subsumieren ist, eine Ampelmehrheit. Gegen uns auch. Mit zum Teil skurrilen Auswirkungen, die heute in der Wirtschaft zu großen Klagen führen. Obwohl ein Partner dieser Ampelmehrheit, die Grünen, ja nicht bereit war, bei der Kommissionspräsidentin Verantwortung zu übernehmen. Jetzt auch zum Beispiel nicht bereit war, beim Asylpaket Verantwortung zu übernehmen, obwohl die Bundesregierung mit allen drei Parteien für diese Regelung war. Und das heißt für mich, das ist eine Fraktion, die nicht satisfaktionsfähig ist, mit der man nicht verhandeln kann, weil man sich nicht auf sie verlassen kann. Ja, also ich kann nicht am Verhandlungstisch sitzen, dann am Ende den Tisch verlassen und sagen, jetzt stimme ich anders. Und ich hoffe, dass wir eine Mehrheit hinbekommen, die man in der deutschen Farbenlehre als Deutschland-Koalition bezeichnen würde. Das sind wirklich die Kräfte der Mitte. Ich glaube, dann kriegen wir was ganz Ordentliches hin. Wenn die linke oder die rechte Seite die Oberhand gewinnt, dann habe ich ein bisschen Sorge, wohin dieses Europa sich entwickelt. Entweder in die planwirtschaftliche, wirklich super bürokratisierte, moralische oder in die selbstzerstörerische Seite, je nachdem, wer hier die Oberhand hat. Ein paar Themen, die, oder ein Thema, was uns oft begegnet auch ist, das Europäische Parlament verhandelt bestimmte politische Themen, die aber, da es diese Öffentlichkeit nicht gibt, erst zu einem sehr, 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 sehr späten Zeitpunkt plötzlich in das Alltagsleben der Leute tritt. Das gilt im Guten wie auch im Schlechten. Dieses Beispiel entweidungsfreie Lieferketten, gut gemeint, alles gute Ideen, aber leider in der Umsetzung so, dass es die Unternehmen gar nicht leisten können, de facto. Wie kommt so was? Wie kommt ein solcher Prozess zustande? Also da hast du jetzt ein Thema genannt, das war an Absurdität nicht zu überbieten, weil im Kommissionsvorschlag stand es zunächst gar nicht drin. Die Kommission hat gesagt, nein, das machen wir nicht vertikal als eigenständiges, sondern horizontal im Rahmen des Lieferkettengesetzes, das ja bei uns noch stand steht, sondern es ist ja als eigenständiger Punkt jetzt schon über die Finanzmarktregulierung eingeführt worden. Und da habe ich wirklich gemerkt, bin ja in dem Ausschuss, der sich um die Finanzmarktregulierung kümmert, da gab es keine Mehrheiten mehr und man wird dann in eine Ecke gestellt. So, schau ihn an, so schaut er aus, der den Urwald abholzt, also so schaut er aus. Und nicht mehr sich mit der Frage beschäftigt, macht das alles noch so Sinn? Ich habe jetzt selber ganz konkret Fälle, dass ein Landwirt nachweisen muss, dass den Acker, den er bewirtschaftet, nur weil er das Produkt selber direkt vermarktet, muss er selber die Verantwortung übernehmen. Ansonsten ist es in der Lieferkette irgendwo, die nächste Verarbeitungsstufe, nachweisen, dass er dafür keinen Wald gerodet hat, obwohl das in Bayern so einfach nicht geht, einen Wald zu roden und da ein Ackerland draus zu machen. Da brauche ich keine EU-Vorschrift für. Uns wurde es aber verkauft als Schutz des Regenwaldes. Man, es regnet und wir haben Wald, aber deswegen ist es noch kein Regenwald. Und da einfach noch wieder Maß und Mitte zu finden, wenn wir schon am Rande des Ludwig-Erhard-Gipfels sind, das ist bei dem Thema nicht mehr möglich gewesen. Wie gesagt, man wurde da in eine Ecke gestellt, auch bei uns in der Fraktion. Ich habe mit Engelszungen geredet, bitte sachfremde Geschichte, kein Impact-Assessment, was wir von der Kommission immer verlangen, was hat das für Auswirkungen. Einfach aus dem hohen Bauch gemacht. Sorry, auch mit Zustimmung der Mitgliedstaaten am Ende. Bundesregierung sowieso, Feuer und Flamme. Frau Lemke war ja ganz begeistert. Aber auf der einen Seite fordern wir das immer ein, da treten wir es mit Füßen. Und auch bei uns in der Fraktion, ja gegen den Schutz des Regenwaldes, da kann man doch nicht dagegen sein. Ihr Finanzer, ihr seid sowieso so ganz suspekt, euch durchschaut mal sowieso nicht, was ihr so treibt. Keine Chance, sowas dann wegzubekommen. Schauen wir mal, wenn der Kaffee knapp wird Ende des Jahres, ob die dann immer noch so. Auch ein großes Thema, gerade in unserer Branche, aber auch völlig jenseits des Radars der öffentlichen Wahrnehmung, Taxonomie. Mittlerweile müssen Unternehmen aufgrund bestimmter Investitionen, die sie tätigen wollen, sogar Produkte produzieren und anbieten, von denen sie eigentlich wissen, dass sie am Markt keine Chance haben. Das ist doch eine absurde Situation. Ja, die Geschichte erzähle ich auch mal gerne. Ja, bitte. Da kommen große Vertreter der Finanzwirtschaft nach Brüssel und sagen, da gibt es einen Markt für nachhaltige Produkte, wir haben keinen internationalen Standard, da gibt es über 40 verschiedene Standards, könnte man nicht in Europa einen Standard schaffen. Und ich habe damals allen gesagt, zum Teil sind sie ja heute noch im Amt, darum nenne ich keinen Namen, ich habe immer gesagt, wer nach Brüssel fährt und um Regulierung bettelt, der wird bestraft. Er wird am Ende nicht das kriegen, was er will. Die hätten gerne gehabt, einen Aufkleber, den sie auf ihr Finanzprodukt kleben können, ist grün, damit sie es, wie auch immer, ich will gar nicht darüber reden, was dann da noch alles mit reingepackt worden wäre, an Kosten und so weiter, aber damit sie es gut verklappen können. Das hätten die haben wollen. Bekommen haben wir ein Regelwerk, wo die Kommission sich anmaßt, jegliche wirtschaftliche Tätigkeit analysieren zu können, wann ist sie grün und wann sie nicht grün. Führt zu dem verrückten Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, der Zulieferer für ein batterieelektrisches Auto ist nicht grün, egal was er macht, der Hersteller des batterieelektrischen Autos ist grün, der Nutzer des batterieelektrischen Autos in seiner Fahrzeugflotte ist nicht grün. Und allein das Beispiel zeigt, wie absurd dieses System ist. Also Kapitalmarktinformation oder ein Label, du kennst das ja vom Lebensmittelrecht, wo wir auch einen Urwald an Labels haben, wo der Verbraucher auch nichts mehr weiß, ein Label zu bekommen. Am Ende kriegt man eine Taxonomie, die am Ende dafür sorgt, dass kleine Automobilzulieferer aus diesem Grund nicht mehr grün sind und schon Zugang zu Krediten verwehrt kriegen. Das zeigt eigentlich die Absurdität des Systems. Ich habe da auch versucht, mit Engelszungen darauf hinzuwirken. Wir haben keinen Mangel, dass bereits Grünes finanziert wird. Also das 97. Windradl und das 183. Photovoltaikfeld findet sein Financier. Aber den Umbau einer Zementanlage, den Umbau einer Stahlwerks, den Umbau in der Automobilindustrie, whatever. Auch im Lebensmittelbereich habt ihr eine Reihe von Herausforderungen. Also wie mache ich noch nicht nachhaltige Produktion nachhaltig? Findet keinen Financier genau aus diesem Grund. Und da nickt dann jeder in der Kommission und passieren tut nichts. Und das sind schon Dinge, die wir jetzt dringend nachsteuern müssen. Sonst schießen wir uns so ins eigene Knie, weil Hersteller aus Drittstaaten müssen es nicht erfüllen. Die Produkte konsumieren wir dann alle gerne. Die Wertschöpfung findet nicht mehr bei uns statt. Und gerade der Inflation Reduction Act USA hat ja gezeigt, es gibt auch marktwirtschaftliche Instrumente, um CO2-Reduktion zu erreichen. Plötzlich merkt jeder in Brüssel, wir sind vielleicht doch irgendwo an eine Mauer gelaufen und haben uns den Kopf eingeschlagen. Und ich hoffe, dass wir das revidieren können. Jetzt haben wir zwei negative Beispiele, kommen noch zu ein paar Muten. Aber was auch auffällt oder was auch bei uns so ein bisschen sauer aufstößt, immer mehr wollen einzelne Staaten eben nicht mehr die gemeinsame Regelung, sondern beginnen mit kleinen Schritten oft und machen nationale Regelungen, die sie dann im Nachhinein in irgendeiner Weise sich von Europa genehmigen lassen, und von der Kommission oder aber das dann auf den europäischen Weg bringen. Lieferketten, Sonstfreizpflichtengesetz, klassisches Beispiel, erst in Deutschland und dann auf europäischer Ebene noch eins drauf. Wie kriegt man denn wieder mehr Zug sozusagen da rein, dass es ein gemeinsames Spielfeld gibt für alle? Also, wenn ich da den Stein der Weisen hätte, würde ich den schon nicht zur Anwendung bringen. Aber ernsthaft, wir müssen genau dieses Thema angehen. Wir haben, also als ich gewählt wurde vor 30 Jahren, hieß es, eine europäische Regelung sorgt für Entbürokratisierung, weil sie ja die ganzen nationalen Regeln abschafft. Binnenmarkt. Genau. Mittlerweile machen wir Binnenmarktgesetzgebung, dass wir eine bestehende Regel so verschärfen oder in die Subsidiarität geben, dass der Binnenmarkt dabei verloren geht. Und ich habe manchmal schon wirklich Diskussionen, auch in diesem berühmten Trilogen, geführt, wo ich gefragt habe, wer verteidigt hier eigentlich noch den Binnenmarkt? Wo ist denn die Kommission als Hüterin der Verträge dafür zu sorgen, dass der Binnenmarkt-Gedanke nicht auf der Strecke bleibt? Weil irgendwelche Staaten immer irgendwelche Besonderheiten wollen und in der Summe dessen ist es dann leichter. Also ich habe selber mal Spezialmaschinenbau in der Welt verkauft. Mir wird bestätigt, es ist heute noch leichter, die Maschine auf die Philippinen zu verkaufen als nach Frankreich. Und da stimmt doch dann irgendwas nicht. Es ist so. Wenn man auf die, sagen wir mal, drei, vier Big Points und Quick Wins guckt, die notwendig wären, um Europa nach der Europawahl wieder ein Stück nach vorne zu kriegen, was wären deine? Also wenn wir wirtschaftlich anfangen, der Aufstärkung des Binnenmarktes, Abschaffung von diesen diskriminierenden Tatbeständen, den nicht tarifären Handelshemmissen, wie das so auf eurokratisch heißt, A1-Bescheinigung ist der Klassiker. Wirklich Binnenmarkt wieder als die Homebase, die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Das schafft auch die Wettbewerbsfähigkeit für die Weltmärkte. Wir müssen wieder lernen, Freihandelsabkommen so auszugestalten, dass sie auch von den Partnern noch annehmbar sind. Also wie wir mit Mercosur umgehen, sorry, dass die sich abwenden. Wenn Australien sagt, mit uns verhandeln sie nicht, weil wir überziehen, dann sollten wir schon mal selber ein bisschen überlegen, können wir wieder auf normal kommen und Freihandelsabkommen auf das konzentrieren, was wirklich dringend notwendig ist. Wir profitieren da gut davon, wenn ich Kanada nur nehme, für das wäre furchtbar gescholten worden. Handelsvolumen hat sich versiebenfacht, Handelsbilanzüberschuss auch. Also so schlecht war es nicht für uns auch. Wir haben einen Markt erschlossen und nicht Kanada, um es mal zu übersetzen. Das ist der Klassiker. Und im Lebensmittelbereich waren ja die größten Sorgen. Ja, nicht unbedingt von uns. Ja, ja, aber du hast es ja verfolgt. Was ich für Produkte plötzlich auf den europäischen Markt kommen, alles nicht eingetreten. Also da wieder mehr Versachlichung. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass es im politischen Bereich, im außenpolitischen Bereich schwieriger wird. Das ist ein Thema, wo die Menschen zu Recht erwarten, dass sich Europa darum kümmert. Also ich finde es ja immer witzig, wenn 27 Außenminister sich treffen und da stundenlang debattieren, weil jeder einen Sprechzettel von 10 Minuten hat. 27 mal 10 Minuten kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit da verschwendet wird. Da müssen wir wirklich flotter werden, handlungsfähiger werden. Wir brauchen natürlich auch einen Repräsentanten der Außenpolitik, der in der Lage ist, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Wir werden in der Verteidigung mehr machen müssen, als Europäer. Also ein Iron Dom machen wir jetzt 27 Mal. Ja, eben. Um mal so ein banales Beispiel zu nennen. Also da gibt es wirklich Big Points, wo Europa jetzt zeigen muss. Und gerade in dem Bereich Lieferkette. Lasst uns doch auf die wirklichen Problemfälle konzentrieren. Ich muss doch nicht bei mir zu Hause nachweisen, ob Urwald abgeholzt wurde. Wenn ein Kind auf dem Bauernhof freiwillig mithilft, ist es doch keine erzwungene Kinderarbeit. Und, und, und. All diese Dinge, wo wir uns selber lähmen, lasst uns uns auf die großen Probleme konzentrieren. Wie können wir die Situation im Kongo verbessern? Im Kongo-Becken, wo Kobalt heißt, glaube ich, ja. Nicht Kobalt. Richtig, ja. Ich muss auch immer nachdenken, weil das so im Kopf drin ist, wo Kobalt abgebaut wird, dass da die Situation der Menschen sich verbessert. Das Lieferkettengesetz, wie es jetzt ist, wird zum Beispiel dort dazu führen, dass sich die Europäer zurückziehen als Kunden, die Chinesen reingehen. Genau so ist es. Es wird für die Umwelt schlechter, es wird für die sozialen Bedingungen schlechter. Wir haben den Bärendienst den Menschen dort erwiesen, aber wir können mit ruhigem Gewissen schlafen gehen. Ich kann da nicht ruhig schlafen, weil wir unserer Verantwortung dann nicht gerecht werden. Also da lasst uns auf die großen Themen Stabilität, Sicherheit, aber auch wirtschaftlichen Erfolg setzen und dieses Klein-Klein und dieses in jedes Detail hinein regulieren, wirklich bleiben. Wir fahren den Wagen da so an die Wand, wir können das gar nicht und sollten uns auch nicht übernehmen. Der Lebensmittelverband hat sich entschlossen, eine Kampagne zu machen und die Menschen aufzufordern, die Europawahl so ernst zu nehmen, wie sie eigentlich ernst genommen werden sollte. Gewählen. Was sagt ein langjähriger Europaabgeordneter dazu? Also die Wahrheit zu sagen, ich bin total fasziniert. Die Slogans sind ja Redewendungen, die da übersetzt werden. Sie sind ein Eyecatcher, heißt das glaube ich heute. Man bleibt hängen, fragt sich, um was geht es da? Weil man sieht auch sofort Gewählen. Und da den Zusammenhang herzustellen, ist eine intellektuelle Herausforderung und das wird mit dem Erklärtext super gemacht. Also ich finde das eine ganz tolle Kampagne. So etwas sollte eigentlich die Bundesregierung machen und nicht ein Lebensmittelverband. Aber ich finde es super, dass ihr es macht. Wir haben uns Mühe gegeben, auf verfügbaren öffentlichen Plattformen gute Gründe zu finden und Zahlen und Daten für die Europäische Union. Und wenn uns ist aufgefallen, das gibt es fast gar nicht. Das macht niemand. Niemand holt die Zahlen raus. Niemand sagt, so und so viel Prozent Wertschöpfung geht verloren. Niemand sagt, so und so viele Arbeitsplätze gehen verloren. Gibt es irgendwo versteckt in diesem Europa solche Selbstbekenntnisse, dass man wichtig ist? Oder interessiert das einfach keinen? Also es gibt schon immer wieder Studien, gerade im Zusammenhang mit Brexit wurde das ja sehr genau analysiert. Aber es war interessant, dass es dann vom britischen Wirtschaftsindustrieverband gemacht wurde, diese Studie, nicht von der Kommission. Wir hatten Greg Hentz hier, der hat gesagt, alles super. Ja, ja, das würde ich als Greg Hentz auch sagen. Der muss ja eine Wahl organisieren, wo die Tories gewinnen sollen. Seiner Meinung nach hat er mir auch schon erklärt, wie das funktioniert. Ich habe ja gesagt, ich drücke dir alle Daumen, aber ich glaube es nicht. Aber das auf die Seite geschoben, die schlechten Prognosen, die da der britische Industrieverband selber erstellt hat, sind noch übertroffen worden. Es ist noch weiter runtergegangen. Die Briten haben noch nie ein Kubikmeter Russengas im Netz gehabt und haben eine höhere Inflation wie wir. Also bloß um ein Beispiel zu nennen. Es gibt also ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen und das hat wirklich was mit Brexit zu tun. Aber dass die Kommission mal von sich aus solche Berechnungen machen würde. Ich kenne eine Studie von vor vielen Jahren von der Bertelsmann Stiftung, aber die ist halt auch nochmal ganz aktuell. Ich bin da ganz bei dir. Sowas sollte man schon ab und zu mal sagen. Schaut her, auch wenn wir Klagen an der einen oder anderen Stelle haben, unterm Strich. Gerade für uns Deutsche, auch für uns Bayern, wenn ich das als Bayer auch noch sagen darf, mit unseren Hidden Champions, mit unserem spezialisierten Mittelstand, der wirklich global wettbewerbsfähig ist. Wir sind die ganz großen Profiteure von dieser EU bei allen Nicklichkeiten, die wir haben. Und das sollte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Letzte Frage. Ist die Wirtschaft so zurückhaltend, wenn es darum geht, auch solche Prozesse mit zu unterstützen? Geht die das überhaupt was an? Soll es die Politik besser mit sich ausmachen? Ich muss deswegen schmunzeln, weil ich ganz zum Teil komische Erfahrungen gemacht habe, dass auch Industrie, Wirtschaft in Brüssel aufgetreten ist und Thesen vertreten hat, denen ich mich dann Gott sei Dank nicht angeschlossen habe. Also ich erinnere mich mal an einen Vertreter einer großen Bank, der erzählt hat, was wir alles europäisch zwangsweise machen müssen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was würde das alles bedeuten? Und es hat unsere Bankenstruktur in Deutschland zerstört. Das war vielleicht auch sein Interesse. Sorry, wenn ich das Lebensmittelrecht nehmen darf. Auch da hatten wir schon das Gefühl, dass es eher für die Industrie, für die große Industrie mehr taugt als für den Handwerksmeister. Und da die Balance zu finden, ist ganz, ganz schwierig, weil Hygiene im Lebensmittelbereich, ja, jedes Produkt, das ich im Supermarkt kaufe, ob das vom Bäcker um die Ecke oder vom Großkonzern, weiß Gott, wo in der EU kommt, muss natürlich Mindestanforderungen erfüllen. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Oder die 14 allergenen Stoffe. Ja, wenn ich immer nur ein Standardprodukt habe, tue ich mir leicht, das auf den Karton zu drucken. Wenn ich als Handwerker jeden Tag schaue, was habe ich am Markt verfügbar, tue ich mich sehr schwer. Und da die Balance zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, da gibt es auch welche, die sind unterwegs, um Marktbereinigung über Regulierung zu betreiben. Also haben nicht nur gute Absichten, aber es wird immer mit guten Deckmäntelchen, Verbraucherschutz, Hygiene ist nicht teilbar, hat mir mal jemand gesagt. Ein schöner Spruch. Ja, dann habe ich gesagt, ja, da haben Sie recht und trotzdem mache ich es nicht, weil es ein paar Unterschiede geben muss. Also Metzgermeister versus Großschlachterei mit europaweitem Vertriebsnetz. Also bitte, wenn es regional ist, ist das immer noch mal was anderes, weil ich einfach die Kühlketten anders darstellen kann. Wir hatten das mal beim Thema Wildfleisch versus Metzger. Entschuldigung, wenn ich immer so Fleischthemen nehme, aber da ist es sehr, sehr eindrucksvoll nachzuvollziehen. Und da hatte ich schon manchmal das Gefühl, da geht es mehr um Marktbereinigung, als dass man da wirklich die edlen Motive hat. Heute ist alles unter dem Klimaschutzgesichtspunkt. Ja, das ist jetzt nicht mehr so ganz das Lebensmittelthema, aber in anderen Bereichen, da kann man doch nicht dagegen sein. Wir hatten das Thema Abholzung, weil es will doch keiner. Und da muss man wirklich immer ein bisschen den Vorhang auf die Seite schieben, der einem da aufgezeigt wird, was ist wirklich dahinter. Und wenn man das seriös macht, kann man, glaube ich, was ganz Ordentliches für die Menschen leisten. Und diese bayerische Übersetzung von Subsidiarität, Leben und Leben lassen. Also ich habe kein Problem gegen industrielle Prozesse. Ich habe selber in der Industrie gearbeitet, aber ich mag auch den Mittelstand des Handwerks sehr gern und habe am Schluss auch beim Mittelständler gearbeitet. Dieses Leben und Leben lassen als Leitmotiv für Europa, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dann sind wir auch richtig aufgestellt. Und ich komme nochmal zu Ludwig Erhard zum Schluss. Maß und Mitte. Das ist der Orientierungspunkt. Super Schlusswort, kann ich nicht besser machen. Tausend Dank für die Spannende, auch fürs Wegschieben des Vorhangs ein bisschen. Und danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.